Brauchst du als Fotograf oder Filmmacher eine Webseite, Social Media Accounts? Was genau benötigst du? Das besprechen wir heute. In der heutigen digitalen Zeit sind viele Sachen gar nicht mehr wegzudenken und ich gebe dir mal mit, was du heutzutage brauchst. Du brauchst mindestens schon mal eine Webseite. Warum brauchst du eine Webseite? Es gibt tatsächlich auch viele gute Fotografen, die zu uns reinkommen sind, die noch nie eine Webseite hatten, die schon 10, 20 Jahre im Geschäft sind. Alles über Empfehlungen, noch nie eine Webseite bisher benötigt. Aber durch diesen Wandel der Zeit, heutzutage, dass die meisten auch nicht mehr so viel über Empfehlungen machen, natürlich werden auch immer weitere Empfehlungen geben, aber viele heutzutage gehen einfach online, suchen sich eine Person aus, einen guten Fotografen oder Filmmacher, was sie brauchen, buchen den und viele Leute sind gar nicht mehr so auf Empfehlungen angewiesen. Aber nicht nur das, zudem zeugt es von Professionalität, wenn du dementsprechend auch eine ordentliche und tolle Webseite hast. Weil wenn du Businesskunden hast, sei es Businessportraits, sei es Imagefilme und, 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 egal was du machst, die Leute wollen zum einen natürlich eventuell Portfolio sehen, was du dort draufpacken kannst, aber natürlich zeigt es, dass du dein Unternehmen ernst nimmst. Jeder, der heutzutage ein gutes Geschäft hat, hat eine Webseite, hat eine ordentliche Webseite. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, du bist ein toller Fotograf, ich möchte gerne mal ein bisschen was von dir sehen und du sagst doch nicht mal, dass du nichts online zahlen kannst, weil du hast keine Webseite, das ist sehr unprofessionell. Daher eine Webseite ist ein Muss, einfach um den Leuten dein Portfolio zu zeigen, um zu zeigen, dass du es ernst meinst mit deinem Geschäft. Klar, es lief damals teilweise komplett ohne Webseite, man hat es damals nicht unbedingt nötig gehabt, aber heutzutage, wie gesagt, Digitalisierung und so weiter und so fort und viele suchen sich online einfach ihren Fotografen aus oder Filmmacher und dadurch bleibst du einfach bei vielen auf der Strecke und bist nicht sichtbar. Webseite, ein wirklich must have heutzutage. Dann kommen wir zu den ganzen Social-Media-Sachen. Facebook, Instagram, LinkedIn, Xing, TikTok, jetzt die relativ neue Plattform Threads und, und, und. Also es gibt ja so viele verschiedene Sachen, wo soll man sich jetzt anmelden. Theoretisch wäre es nicht schlimm, wenn du dich überall anmeldest, weil es kostet ja erstmal nichts und kannst dir erstmal einen Account erstellen, wo du vielleicht deine Webseite verlinkst, wo ein paar Informationen, ein paar Bilder von dir hast und dann ist es erstmal da. Einfach aus Zeitgründen und nicht alles irgendwie bespielen zu müssen und pflegen zu müssen, würde ich dir aber mindestens Instagram empfehlen. Instagram ist immer noch die Plattform für Fotografen und Filmmacher. Es hat sich tatsächlich über die Jahre jetzt so ein bisschen entkoppelt von Fotografen. Damals war es doch primär ja eine Bildplattform, was Fotografen ja sehr zugute kam. Mittlerweile ist es aber so, dass natürlich durch die Reels, also damals als TikTok begangen, Kurzvideos und sowas, dass dann Instagram viel mehr die Reels bespielt hat und bevorzugt hat, dass es eher dann auch eine Videoplattform dann jetzt wurde. Nichtsdestotrotz ist diese Plattform für Fotografen und Filmmacher immer noch die wichtigste Social-Media-Plattform schlechter. Weil es immer noch eine Bild-Video-Plattform ist und die Leute dann dementsprechend mit dir auch interagieren können. Daher musst du auf Instagram auch tätig sein und dort auch regelmäßig ein paar Sachen mal posten, weil du darüber auch neue Anfragen bekommen kannst. Wenn bei uns neue Coaching-Teilnehmer reinkommen, erzählen sie, dass die meisten sogar über Instagram die meisten Kunden gewinnen. Das wird jetzt nicht die Masse sein. Ich erkläre dir gleich auch nochmal, warum das die organische Reichweite und so immer nicht so das Nonplusultra ist, sondern was für bessere Methoden es gibt. Nichtsdestotrotz werden Leute sich darüber bei dir melden und über die Nachrichtenfunktion, über Instagram, bis mit dem Austausch und kannst denen auch schon dein Angebot vorstellen, beziehungsweise ins Gespräch holen und auch schon mal ein paar Arbeiten zeigen. Dadurch, dass die Leute halt bei Instagram dann draufgehen, sehen sofort natürlich durch die Kachelansicht, deine Bilder, deine Videos, ein paar Informationen über dich. Das ist eine Plattform, die wird heutzutage immer noch extrem stark genutzt. Nicht so wie die anderen Plattformen, wie gesagt, vielleicht Facebook würde ich mich auch nochmal anmelden, vielleicht ein paar Gruppen nochmal da auch reingehen, das würde auch nochmal Sinn machen. Aber so die anderen Plattformen, dort wird es schwierig sein, auch mit dir in Kontakt zu treten, mit dir auch die dementsprechende Interaktion zu führen, um da viele Angebote und Anfragen zu bekommen. Heißt jetzt nicht, dass es gar keinen Sinn macht. Also wenn du dich anmelden möchtest, einfach, wie gesagt, kostet bei den Plattformen nichts und ein paar Sachen posten willst, tut dir ja nichts zu schade, aber die wichtigsten Plattformen werden zum einen natürlich die Webseite und dann einmal Instagram. Bei Instagram würde ich dir dann auch dementsprechend empfehlen, mindestens einmal im Monat etwas zu posten. Besser noch zwei, dreimal oder mehrfach natürlich, aber mindestens einmal. Warum? Wenn die Leute auf dich stoßen, gucken sie sich natürlich die letzten Bilder auch alle an, meistens. Und da sieht man ja auch immer das Datum. Und wenn man jetzt drauf geht und sieht, okay, letzter Beitrag 2018 gemacht, im Februar oder sowas, dann denkt man, der Account ist tot und dann schreibt man der Person vielleicht gar nicht mehr, weil man denkt, ja okay, die ist gar nicht mehr aktiv. Deswegen ist es wichtig, dass zumindest einmal im Wassenmoat postest, dass wenn die Leute die letzten Bilder durchgehen, sehen, ah okay, der hat diesem Monat noch schon was gepostet, das heißt, er ist aktuell auch aktiv. Und das ist erstmal so die Grundbasis. Gerade wenn du mit anderen Unternehmen zuständig bist oder sowas, dann macht es immer Sinn, eine Webseite zu haben, weil die schauen sich die Webseiten dann dementsprechend auch ein bisschen detaillierter an. Wenn du im Privatkundenbereich bist, ja, Porträts, Hochzeiten und so weiter und so fort, die Leute gehen einfach sehr gerne auf Instagram und schauen sich die Sachen an. Ja, das ist schon so ein bisschen gang und gäbe. Gerade auch, wenn du vielleicht unterwegs bist und die Leute sagen, dann kennst du das ja, ey, du bist ja Fotograf, zeig mal was und so. Und die Leute gehen auch immer gerne dann auf Instagram dementsprechend, oder du zeigst dann Instagram, weil das ja auch schon fast wie eine Portfolioansicht ist, mit dieser Kachelansicht. Und kannst da ja deine letzten Fotos, die du gemacht hast, ja einfach mal durchgehen. Das heißt, für die Benutzer, für die User ist es eine sehr einfache Experience. Sie gehen das sehr gerne durch, weil es einfach von der Handhabung sehr leicht geht. Alles andere ist so ein bisschen, ja, nice to have, aber kein must have. Aber wenn du es machen möchtest, melde dich bei den anderen Plattformen einfach an. Schaden tut es auf jeden Fall nicht, wenn du auf mehreren Plattformen bist. Kann teilweise auch für Google vielleicht gut sein, dass wenn jemand dich zum Beispiel googelt, sieht, dass er dann zum Beispiel sofort deine Webseite findet, Instagram findet, aber dann auch die Seite 1 von Google ein bisschen bespielt ist. Ah, okay, er hat auch LinkedIn, ah, okay, er hat auch Xing und so weiter und so fort. Er hat TikTok und dies und das. Und kann sich da vielleicht noch mehr Sachen ansehen. Weil wenn du nur, keine Ahnung, nur eine Webseite hast oder sowas, und dann jemand dich googelt, kann es auch sein, dass es vielleicht nicht richtig angezeigt wird oder sowas, aber dich nicht findet, weil du nicht so viele Optionen bei Google halt bietest, dass die Leute dich finden. Aber die wichtigsten Sachen, die du als Fotograf oder Firmemacher heutzutage haben solltest, wäre auf jeden Fall die Webseite und Instagram. Das alles machen wir natürlich auch mit unseren Kunden. Wir bauen eine ordentliche Webseite mit ihnen auf. Wie gewinnt man darüber Kunden? Wie schreibt man richtig Werbung? Wie macht man was ordentlich mit Instagram? Wie bringt man regelmäßig gute Einnahmen als Fotograf oder Firmemacher hin? Aber da gehört viel mehr dazu, weil nur einfach Sachen zu posten und regelmäßig, das wird dir nicht den Einkommensstrom und genügend Anfragen bringen. Mal hin und hin wieder, kommt da mal was, aber nicht in diese Anzahl. Wie das ganz genau funktioniert, habe ich mal hier erklärt in einem Video. Schau dir das unbedingt einmal an. Das wichtigste Video für Fotograf, Firmemacher, wenn es um organische Reichweite und Social Media geht. Oder wenn du natürlich sehr schnell vorankommen willst, sagst, hey, das ist cool, ich möchte gerne mal mir das anschauen, mir mal zuhören, eventuell eine Zusammenarbeit starten. Dann tag dich sehr gerne ein auf unserer Webseite, www.admundindustrizio.de vor allem von dir zu hören. Bis dann. Bilder zum Leben erwecken, Filmemacher, Motivation, Klick auf M und getzeltet.